chlorthorbitr das Pfeifen auf uns, das ist ganz normal.. Ich habe keine Ahnung was der auf uns ballert, das ist nochmal, der kann uns jagen.. Der trifft aber viel zu gut, Mann. Das ist bloß. So, los. Längen. Rennst gleich hoch, verbind dich, schieß dich weg. Oh, da fällt er, da fällt er, da fällt er. Ui! Gewalt! Geil, ey! We're coming to get out. Don't spot him. Oh, volles geworden. Vibe. Perfekt. Oh, watch this death. Oh, f***. God. Oh, viel zu leicht. Ach, komm mal, als ob das so einfach ist. Es ist so einfach. Mir hört sich das immer so leicht an. Ja, bei mir sieht es auch so leicht aus. Ja, wir sind nicht viele auf der Death. Fertisch werden, ne. Ich bin gut, ich halte mal. Nicht schnell, sonst. Schau mal. Streut euch ein bisschen. Release voll los. Ich wollte verstehen. Mit beiden, was ging was wir machen? Ähm. Mit den größten worden sind wir die Tod. Ah, bei mir noch? Mhm. Was ist das down? Äh, squadlich. Frage. Wir werden hier in die Deckung. Das andere squadlich verkreifen. Oh, schaut Squad 5, ist ins Wasser gelandet. Tschüss Squad 5. Hey Squad 5. Ich komm rein, ich rette euch. Steigt ein, schnell. Steigt ein. Versucht reinzusteigen. Versucht reinzusteigen. Steig ein, steig ein, steig ein. Ich versuch dich nach hinten zu ziehen. Copy, ich versuch ihn raus zu ziehen. Wir wurden ein bisschen aufgehalten, Jungs. Wir müssen überall einsteigen und fahren. Dann steig mal ein und fahr, ich versuch zu helfen. Geht direkt weiter. Hast du eins sofort gehören, Jungs? Fein, Dig. So, jetzt muss ich aber wieder zur Mission, wir verlieren sonst. So, Jungs, wir machen mal Abfahrt. Dope, ey. Gegner über uns, über uns. Smoked. Zwei Mountain Down. Rakete ins Gesicht. Komm, wir legen die alle mal zusammen. Die haben keine Tickets mehr, Jungs. Wir können nicht stapeln. Stapel die Ami Musikale. Was siehst du denn hier? Ja, zu den anderen Freunden. Ach, wir können Afrikaner. Komm, Bertram, auf geht's. Wir sammeln die Amis. Wie Pokémon. Ami Jenga. Ja, wie Pokémon, ich will sie alle haben. Ami Jenga. Komm, die machen die Liebe da. Liebe anstatt Krieg. Ui. Ui. Okay, die noch die, das war klar. Schicks, das hätte ich nichts mehr. Ich hätte ihn im Gegenteil. Ja, bei mir auch nicht. Ja, eben die holen wir auch. Ja, ja. Bei dir auch. Ja, ja. Ja, ja. Der braucht keinen Abfahrt, denn das ist alles verliebt dran. Was hast du mit deiner Waffe gewartet, Goldart? Was ist da denn falsch? Was ist da denn falsch? Was ist da denn falsch? Was macht der denn hier? Das sieht ja so falsch aus. So, dem verpass ich noch ein drittes Nasenloch. Was ist das? Andrément... Wo sind Sie erwartet, Vielen Dank.